Happy Birthday to you. Und herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Ich schaue mal kurz was für Modus ich heute spiele. Zu früh gedrückt, ach mensch, warten, warten, warten. Okay, Clash Sport haben wir. Ich sag mal Wolf ist mal ein bisschen langweilig. Wir spielen mal wieder Kreativ Modus. Viel Spaß beim Kreativ Modus, schauen was da kommt. Bis gleich. Okay, Kreativ Modus ist in Gang des Ladens. Wir spielen Cover halt ins Sack. Okay, das war man muss ja also verstecken. Man ist irgendwas und man muss sich verstecken und die dürfen dich nicht finden. Ich weiß leider nicht genau wie das geht. Okay. You are Seeker. Also ich muss die finden. Da. Da sind welche. Da hat sich einer als Brunn verkleidet. Wo ist der Brunn hin? Dahinten ist der Brunn und da ist die Pflanze. Okay. Und der Brunn oder der Brunn? Okay. Wenn man genau weiß, wo die Sachen sind, dann ist es hier gar nicht mal so schwer. Dazu muss man ja erstmal wissen, wo man was dann packt. Okay. Okay. Rush time. Okay. Okay. Ok So komme ich da nicht lang. 17 Sekunden noch. Wie viel müssen wir noch finden? Niederlage, okay, wir haben es nicht geschafft, aber nur die anderen. Ah, okay, jetzt weiß ich wie das geht. Ich habe es nicht geschafft, aber ich habe es nicht geschafft. Es sind zwei Leute hier. Nein! Bleib da unten, sonst kommen sie hier lang gerannt. Neutron! Sie haben Neutron? Er sieht mich. Nein, er sieht mich nicht. Geht da! Gutta! Gute Arbeit! Thanks! Gegner gesichtet! Da haben sie einen umgebracht. Hier ist einer! Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Mein Internet ist ganz schlecht heute. Keine Ahnung warum. Also er hat mich bestimmt gesehen. Er steht genau vor mir. Er macht doch nichts weil er schwimmt. Ah jetzt schießt er auf mich. Okay. Sie haben mich gefunden. Okay. Okay. Ja. Der ist bestimmt nicht mehr dahinter. Gute Arbeit! Thanks! Okay. 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 Schon wieder verloren. Wieder verstecken. Okay. Erstmal nehmen wir das hier. Okay. Ob die mich hier sehen? Ich habe mich etwas zur Seite geschubst. Gute Arbeit! Danke! Okay, okay, hat mich vielleicht gefunden. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. 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 Sieg. Oh, Sieg. Okay. 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 So, das sieht gut für uns aus. Okay. 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 irgendwie ist es wieder ein bisschen lecky hier so jawohl! das ist ein sieg! 65,1 zu 64,9. 34,9. Uiuiui. gut, wir haben gewonnen. ich war der zweitbeste aus mein team, aber da kriegt jeder ein like, denn wir haben gewonnen! supi! und wer hat am meisten Schaden noch gemacht? ja, ich habe am meisten Schaden gemacht. dann würde ich mal sagen, das war's für heute. ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid, bis dann ich euch viel spaß und darauf wiedersehen! tschüssi! bis zum nächsten Mal!